Also wir sind ja sehr stark voneinander abhängig in Europa. Die Politik der Regierungen ist ja sehr stark aufeinander bezogen. Das ist ja nicht so, dass wir von Deutschland aus auch die Weichen stellen könnten. Die Bundesregierung hat massiv dazu beigetragen, Ansätze europäischer Solidarität in den letzten Jahren zu zerstören. Und in dem Moment, wo die deutsche Bundesregierung Solidarität eingefordert hat, in Auseinandersetzung mit dem Flüchtlingsdrama, in diesem Moment war natürlich überhaupt keine Solidarität zu erwarten. Weil die Voraussetzungen dafür von der deutschen Bundesregierung in den Jahren davor zerstört worden sind. So, und das ist natürlich eine völlig vertragte Situation, in die da Europa und die EU hinein manövriert worden ist, politisch.